Am Ende haben wir wieder verloren. Aber die erste Sache, wir haben eine gute Dinge in den ersten Halbzeit gemacht. Das bedeutet, wir haben annulliert diesen großen Vorteil von Qualität, was Schalke hat. Und dann auch, wir hatten sehr wenige Chancen oder gar nichts. Und wir haben auch nach vorne etwas gesucht, mit neuen Stürmern, mit Schalke. Weil wir müssen sagen, wir haben heute ohne vier wichtige Leute gespielt. Und Rangelo hat hier nach vorne gefehlt. Und das ist ein Problem. Nächste Sache, nach Überzahl. Weil wir haben zu locker. Wir waren zu locker in diesem Moment. Und Am Ende kommt immer eine gleiche Situation, eine Standard-Situation. Und hier war wieder eine Entscheidung. Und dann war natürlich der Schein nach vorne. Bis diesem Tor, ich muss sagen. Aber wir haben gute Sachen gemacht. Aber schade ist das gegen Schalke, das zu wenig. Und das hat sich schon sehr gut. Aber wir haben hier unten, dass die Fluss werden. Ich habe auch die Augen. Und das hat sich schon sehr gut. Wie lange kommen die�, was auch immer die Augen. Die Augen ist so gut.